Ok Jungs, alle bis dahin mal leise sein, freue ich euch wieder auf! Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video! Ja Freunde, gerade vor ca. 10-15 Minuten ist ein Song online gekommen. Oh shit, krankes Ding. Freunde, das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Ich habe das bis jetzt nur einmal ganz kurz gesehen und jetzt schauen wir uns das jetzt einmal in Ruhe nochmal an. Und wow, ich bin gespannt. Ok, warte, wo ist mein Laptop? Wo ist mein Laptop? Bist du bereit, Eva? Ich bin bereit. Ich bin gespannt. Are you ready for the Meisterwerk? Ich war letztes Mal hier Leute, der Penner, der hat mir nur 30 Sekunden vom Lied gezeigt gehabt. Nicht mal, Digger, nicht mal. Pi mal Daumen, 30 Sekunden, Freunde, das war schon krass. Und jetzt schauen wir uns das einmal komplett an. Ok. Nein, ich habe dir nicht mal das Video gezeigt. Ich habe nur das Lied gezeigt. Ja, ja. Das Video habe ich nicht gesehen. Das Video hast du nicht gesehen, ne? Oh, Lala. Oh, Lala. Oh, Lala. Oh, Lala. I should be my V. Bevor es weiter geht, was sind deine ersten Eindrücke? Digger, heftig. Allein diese Location, Digger, das ist so geil. Krank, Leute, das war so eine kranke Location, ne? Das sieht echt drauf aus. Heftig, Digger. Wie so ein Paradies, Freunde. Digger, das war wirklich das Paradies, Digger. Ehrlich. Boah. Ok, weiter geht's. Nur am Essen, ne? Digger, nur am Essen. Du weißt, Digger, muss. Na, Leute, wer hat ihn gerade erkannt? Wer war das? Seko, Seko, dreht die Runde in Mexiko. Sie sagt, ich will dich heute bei mir. Heut nicht, bin mit der Gang. Es kann curse, die Family. Ey, Freunde, an dieser Stelle. Ey, Uno ist so ein geiles Spiel, Alter. Mach dir das auch, Digger. Die beste, man. Die geilste Stelle, man. Die Zappdaten. Ich hätte auch nicht gedacht, so ein Uno ist richtig geil, Bruder auch mit diesem Mensch ärgert dich nicht und so. Digger, das sind 20 Spiele, Digger. So, wo man mit Kollegen ist und das einfach so zockt, das macht echt Bock, man. Das sieht gerade so heftig aus in dem Video. Mega, Digger. Digger, wir haben uns fast geschlagen da, Digger. Ich spür's dir. Okay, Alter, geht's? Ich hab wohl seine Konkurrenz. Früher mit den Jungs ohne Aussicht. Gott sei Dank ist mein Leben ohne Blaulicht. Hatte meinen Plan im Visier, aber keiner wollte wissen, wie es funktioniert. Kusch, kusch. Sorry, Baby, keine Lust. Und ja, Schatz, ich habe dafür keinen Grund. Wow, ich hatte viel zu viele Gegner, die mich einmal liebten, aber heute niemals. Ich bin davor, ich bin davor. Ey. Wie Michi da lacht. Digga. Die Story ist. Wir haben UNO gespielt. Michi hat verloren, ne? Michi hat verloren. Und was jetzt... Michi war der Letzte bei UNO, weißt du, weil er jetzt verliert. Ja. Korso jetzt und michi machten! Mit Klamotten, das war das Richtige. Auf jeden Fall Leute, wie der in diesen Part jetzt reingekommen ist, ist so heftig. Das macht übelst geile Stimmung, man hat Bock irgendwie zu tanzen. Auch die Location ist richtig boba, Alter, ehrlich. Let's go. Bruder, das sah gerade aus. Kennst du die Wabe, die so lange T-Shirts hat? Oha, Mann! Bruder, ehrlich, geh mal zurück, guck dir das mal wieder. Geh mal zurück. Guck mal, man sieht das nicht auf dem ersten Blick. Tschüss! Man sieht das aber nicht auf dem ersten Blick. Ja, oha, aber warum habe ich das so recht, Alter? Wenn Leute nicht wissen, soll ich da nicht schwarze Hose hoch haben. Ja, Bruder, auf dem ersten Blick sieht man das nicht. Ich schwöre. Ah, Killer, Alter. Ey, du hast recht, Mann. Ja, Bruder. Ey, dass ich sowas nicht sehe, ne? Das ist wie so ein T-Shirt. Krass, ich höre die T-Shirt so rund, ohne so. Ja, Bruder, so ohne. Ohne Dings, ohne irgendwas so. Ja, Mann. Äh, du hast recht. Keine Zeit. Komm mir nicht mit SMS auf Facebook oder Facebook. Ohne Lila, Lila, Lila. Zahle mit der Visa, Visa, Visa. Ich glaube, sie ist Anna oder Lisa. Halt doch meine Hand mit schönen Pisa. Je veux ma vie. Je veux ma vie. Nehme das, was wir fahren. Ayolala. 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 Boah. Geiles Bildschirm. Boah, Freunde. Saununtergang. Tazi, Digga. Let's go, Digga. Digga, das kann man als Hintergrund nehmen. Alles, Digga. Das war sick, Digga. Das war geil, Mann. Sonnenuntergang, Beste. Ich schwöre. Vor allem bei sowas, Digga. Die Farben. Boah. Boah. Leute, was mein Weg. Boah, das ist der Patron, Digga. Guck mal jetzt, die Szene musst du mal sehen, oder? Jetzt guck, guck jetzt. Der Patron jetzt. Oh, warte, hast du ihn gesehen, Digga. Der gänzt dich richtig, Digga. Boah, das ist auch übelst geil, Digga. Ich feier das übertrieben, Digga. Mit Bildern, Digga. Das ist richtig nice, ne? Boah, das ist richtig geil. Digga, weißt du, wozu dieses Musikvideo dient, Digga? Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Was war das gerade für ein Bild, als die Kamera da weggegangen ist? Weißt du, wozu dieses Musikvideo dient, Digga? Digga, du musst dir vorstellen, wir sind jetzt alle, also das haben wir in zwei Tagen, war ein Wochenende auf Mallorca, bam, gedreht. Digga, das ist wie so ein, weißt du, wenn du so mit deinem Wochenende mit deinen Jungs so weg bist? Ja, Digga. Genau so, oder? Das ist auch mit den Jungs weg. Genau, und das ist so ein Erinnerungsvideo quasi, Digga. Ja, Mann. Dass ich nach ein, zwei Jahren, ich guck mir das an, ich denk mir, boah, wie geil war das eigentlich, Digga? Ja, Mann. Weißt du, so mäßig. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. War geil, oder? Ja, das war mega. Und das ist so, dieses Video, was gerade so zeigt, ey, wie geil. Und dann machen wir auch immer einen Vlog danach, so, weißt du, mit dazu, so. Ey, Digga, das ist, das sind einfach geile, geile Erinnerungen. Ja, richtig, weißt du? Das ist das Geilste, Leute. Man ist mit seinen Jungs draußen, man ist im Urlaub, man macht ein Musikvideo zusammen, dann nach ein paar Jahren, Digga, man sitzt wieder irgendwo in der Wohnung und guckt sich das Video an, und denkt sich, fuck, Alter, war die Zeit geil. Genau, das ist es, Digga. Mega geil geworden, Digga, ehrlich, ey. Dankeschön, Mann. Heftiger Song. Freunde, promote den Song, der ist auf Spotify, iMusic, iTunes, Google Play, überall. Jetzt auch auf YouTube. Erster Link unten in der Videobeschreibung, Freunde. Pumpt den Song. Gönnt euch. Boah, krasses Ding geworden, ehrlich, ey. Dankeschön, Dankeschön. Freunde, geht alle rüber, supportet. Gönnt euch diesen Song. Was soll man noch sagen, ehrlich? Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Mann. Danke, dass du mitgemacht hast, Digga. Immer wieder gerne. Pumpt den Song und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao. Ehre. Der Song gibt's überall, iTunes, iMusic. Ey, Freunde, irgendwann, ich würde dir mal irgendwann so dieses alte Video zeigen, Digga, wo ich mal in Hannover aufgenommen hatte vor fünf, sechs Jahren. Hast du das noch? Ja. Nein. Nein. Bruder, hör auf. Das sind sechs, sieben Jahre einfach. Ey, das ist zu geil, Digga. Oh shit. Unser Bild auf der Toilette, weißt du das? Boah, hör auf, Bruder. Ey, mein Arm war so dünn. So dünn. So. Und dann noch so mit Tanktop und alles, Digga. Boah, Bruder, ich schwirr. Ey, die sind beide so katastrophal. Bruder, wir haben Arme, die sind so dünn, Michi. Die sind so dünn. So. Bruder, wir gehen mit Tanktop raus, mit Tanktop. Da hatte ich mal die Cap noch so halb so rum. Ja, Bruder, so die Cap war so. So. Leute, ich hatte so die Cap auf, ey. Ich schwöre, Alter. Ach, du Scheiße. Ich schwör, ey. Ey, wir werden mal auf allem drauf, ey. Boah, safe. Safe, Digga. Bis Bescheid, Leute. Peace.